Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Folge und ich habe heute die Xbox Series X im Unboxing. Ich verlinke euch auch gleich die Xbox Series S. Schaut vorbei, auch im Unboxing und seid gespannt, in der neuen Praxis wird das Ding schon getestet. Ich bin noch aufgeregt. Oh ja, die Xbox Series X. Was fällt uns auf? Das ist exakt die Verpackung, exakt die Version, die dann zum Schluss auch bei euch zu Hause stehen wird oder im Geschäft stehen wird, die halt dann verschickt wird. Xbox Series X 4K 120 FPS, 1TB SSD. 4K Gaming bis 120 FPS, bis zu 8K, HDR, Xbox, Blue City, Architektur, 1TB SSD, VRR, Variable Refresh Rate und ein 4K Blu-Ray Laufwerk. Inhalt, Konsole, Controller, Kabel und natürlich Wireless Networking, kompatibel, Ultra HD Blu-Ray Laufwerk, nochmal hier Logo HDMI, Dolby, Vision, Atmos, DTS-X. Power Your Dreams, die schnellste und leistungsstärkste Xbox aller Zeiten. Erlebe eine neue Definition von Geschwindigkeit mit der Xbox-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way. Und jetzt geht's los. Alter, ist die klein. Okay, die Anschlüsse nochmal erklärt. Xbox-App runterladen. Kannst mit dem Smartphone dann QR-Code technisch, egal ob Google Play oder App Store, deine Konsole einrichten. Also, anschließen, runterladen. Das war's. Controller, so wie wir es kennen, Batterien rein und miteinander verbinden. Lieferaufang. HDMI-Kabel, Ultra High Speed. Stromkabel. Gebrauchserleitung. Einmal die Batterien und einmal der neue Controller. Und der hat hier Grip. Auch der obere Bereich schaut ganz anders aus. Auch hier Grip. Hier Grip. L-T, R-T, L-R, R-B. Mechanische Tasten. Knöpfe füllen sich ganz normal an. Komplett in schwarz gehüllt. Nur die Tasten wirken hier farbig. Und das Xbox-Logo komplett auch hier. Schwarz. Tasten. Schwarz. Fühlt sich echt anders an. Der Grip, man merkt wirklich den Grip um den gesamten Controller. Sowohl hinten als auch oben. Was fällt uns auf, auch hier ein anderes Steuerkreuz. So, matt-schwarz würde ich jetzt sagen. Richtig, richtig schön. USB-Dock-C-Anschluss. Pairing-Knopf. Schöner, hübscher Controller. Jetzt kommt das Herzstück. Oh, ich bin gespannt. Wir läuten heute die neue Generation der Konsolen hier bei mir in der Praxis für euch ein. Ich freue mich schon auf die nächste Zeit. Und jetzt, ich frage mich noch. Ich freue mich schon auf... Ich freue mich. Ich fasse euch jetzt mal an. Und dann kann man es ihm-Lschenken. Ich freue mich schon mal. Ich freue mich nicht. Schöner, deixa ich noch mal an. Ich freue mich schon mal an. Krass. Willkommen in der Familie. Ich realisiere das noch gar nicht. Das ist alles so verrückt. Was fällt uns auf? Der Powerknopf. Auswurfknopf. Der Schlitz für die CDs. Herringknopf. Feedback. USB-Entschluss. Ein gummierter Standfuß. Unten die Belüftung. Die Standfüße. Der oberen Bereich. Auch die Belüftung ist ganz wichtig. Die schaut viel kleiner aus. Die schaut viel größer aus. Aber die ist voll klein. Ich weiß, da drinnen ist es noch nicht ganz angekommen hier. Voll krass. Die ist so klein. So, die Rückseite. So, auch hinten nochmal ein Schlitz. Ich würde auch sagen, es ist für die Belüftung. Auch hier Belüftungsbereich. Zwei USB-Anschlüsse. Super Speed. LAN-Port. Also LAN-Anschluss. Anschluss. Strom. Wir wissen Bescheid. HDMI-Ausgang. Auch von klein. Und hier kommt dann die externe SSD rein, um die Xbox natürlich mit Speicher zu erweitern. Die hat eine eingebaute, eine fest eingebaute SSD-Festplatte. 1TB. Und dann kommt da nochmal halt. Momentan gibt es die nur auch in 1TB Größen. Die kommt dann da rein. Ansonsten lässt sich nicht drehen. Steht sehr stabil. Ihr könnt es einmal aufstellen oder die Konsole hinnehmen. Und der Controller passt farblich dahin. Man merkt, bin aufgeregt. Die Konsole ist schon schön. Doc seine DNA ist schon drauf. Wir haben hier übrigens das Xbox-Logo. Wenn die Konsole liegt, einmal hier oben. Dann nochmal separat ausgeschrieben. Und im vorderen Bereich halt einfach hier als Knopf. Mensch, Doc, was ist mit deinen Händen? Voll. Wow. Ich bin gespannt. Schaut euch jetzt das Unboxing der Xbox Series S nochmal an. Schreibt mir eure Meinung. Euren ersten Eindruck. Was sagt ihr zum Design? Was sagt ihr zum Aussehen? Zur Größe? Wow. Daumen nach oben. Bin auf eure Meinung gespannt. Schaut auf Instagram vorbei. Da gibt es jetzt auch ein paar Fotos. Und bleibt gespannt, denn das Review ist auch schon auf dem Weg. Wir sehen uns in der nächsten Sprechstunde. Euer Doc.